Willkommen zum Trailer Sonntag. Heute drei Spiele, über die ich kurz sprechen möchte. Fangen wir an mit Injustice. Und zwar gibt es zu Injustice 2 einen neuen Charakter, der euch aus Mortal-Comet bekannt vorkommen dürfte, nämlich Sub-Zero. Ich persönlich finde, er hätte noch irgendwie etwas schicker aussehen können, aber das Entscheidende sind natürlich die coolen neuen Moves, die man mit ihm machen kann, das Vereisen. Das ist seine Spezialität. Und was natürlich immer besonders schön ist bei Injustice, ist der Super-Move. Den gucken wir uns jetzt mal an. Also schön reinsliden, vereisen, mit dem Hammer drauf, noch ein bisschen nageln und klonk. Damit sollte man doch einigermaßen fertig sein. Weiter geht's mit einer News für Playstation 4 Besitzer. Leute, die SimCity mögen oder allgemein City Building, die kennen von dem PC her City Skylines, ein großer Konkurrent zu SimCity. Viele sagen, dass es deutlich besser ist. Da haben sie jetzt inzwischen auch eine Playstation 4 Version in Planung, die bald rauskommen wird. Also für Playstation 4 Besitzer, die auf Städtebau stehen. Das solltet ihr euch mal näher anschauen. Last but not least Drone. Ich hatte das schon mal vorgestellt. Den Announcement Trailer verlinke ich oben nochmal. Da gibt es endlich neues Gameplay. Das ist ja ein Spiel, was so ein bisschen ist wie Robocraft. Da kann man sich eigene Drohnen bauen und auch Arenen und in diesen Arenen gegen andere Leute antreten. Und das Entscheidende ist natürlich dennoch von allem Basteln und Bauen das Gameplay. Das heißt, das Ballern aufeinander auf die Drohnen. Und das wird in dem Video ein bisschen mehr gezeigt. Man sieht jetzt öfter das Gameplay aus der Cockpit Perspektive und kann richtig beurteilen, wie das denn so ist. Wie man rollt und schießt und zielt und durch die Gegend gleitet. Also mir gefällt das immer noch ganz gut. Es soll ja bald auch eine Demo wohl davon geben. Wenn das soweit ist, werde ich auf jeden Fall auch noch mal Bescheid sagen. Aber erstmal kann man sich das Gameplay auf jeden Fall noch mal gut reinziehen und ich werde das auf jeden Fall weiter beobachten. Und wenn es Neuigkeiten gibt, findet ihr die hier. Also das war's mit dem Trailer Sonntag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.